Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Elex 2. Ja, lassen wir uns ja direkt mal weiter schnackern, oder? Ständig muss ich mich wiederholen. Ich dachte, wenn ich... Ich sehe, was passiert, wenn du denkst. Los, weiter! Der hat aber Haare auf der Zähne. So, und zwar... Goliath hat keine Werkzeuge geschickt. Was? Wer hat das gesagt? Der Schmied selbst. Das fehlte mir noch. Wie sollen wir uns um die Setzlinge kümmern, wenn es an den einfachsten Mitteln mangelt? Ständig kommen neue Probleme hinzu. Aber gut, es wird sich eine Lösung finden. Alles in allem bist du nicht so unnütz, wie ich es erwartet hatte. Okay. Das Ergebnis mag bescheiden sein, aber das kann ich dir nicht anlassen. Bevor ich es vergesse, nimm das hier. Auf unseren Feldern empfiehlt sich eine praktische Kleidung. Und mir scheint, du kannst sie gebrauchen. Oh ja, bitte. Was soll? Eine einfache Berserker-Kleidung erhalten. Oh, sehr gut, sehr gut. So, dann erstmal speichern, weil das war ja... Das war ja schon... Das war gut, ne? So, was wir jetzt noch machen werden. In den Attributen. Wir werden fünf Punkte in Intelligenz investieren. Und wir werden schon mal die Punkte in Gerissenheit investieren. Wenn ich das richtig sehe. Das müssten 25... Waren es 25 oder 15? Ich meine, es waren 25. Richtig? Ich bin mir nicht so sicher. Wir nehmen erstmal... Wir nehmen erstmal... Wir nehmen erstmal die 20 Intelligenz. So. Wo ist sie jetzt hin? Lauf nicht weg. Was? Ach da. Und zwar... Ach ne, Entschuldigung. Jetzt habe ich dich verwechselt. Kaya, verzeih mir. Ach, da oben ist er. Schon direkt die nächste Diskussion. Eieieiei, die ist ja... Naja, irgendwie muss das ja laufen. Also, erstmal wegen der Mine. Wegen der Arbeiter für die Mine. Ist es nicht jedem selbst überlassen, für wen er arbeitet? Natürlich. Sklaverei gibt es bei uns nicht. Dann solltest du den Aushang auch nicht verbieten. Und wenn mir dann die Leute davonrennen? Wer hier nicht arbeiten will, ist sowieso nicht produktiv. Hm. Da ist was dran. Gerade die Produktivität darf nicht leiden. Bring deinen Aushang an. Wenn ich es mir recht überlege, wird sich eh niemand dafür interessieren. Wer arbeitet schon freiwillig in muffigen Schächten, wenn er die frische Luft auf dem Feld genießen kann? Ach, da gibt es vielleicht den einen oder anderen, ne? Gibt es noch etwas, das ich für dich tun kann? Du hast ja mitbekommen, dass uns Werkzeuge fehlen. Normalerweise würde ich mich selbst darum kümmern. Aber du kannst dir sicher denken, was passiert, wenn ich die Felder unbeaufsichtigt lasse. Du hast also eine Lösung. Ja. Auch wenn unser feiner Schmied glaubt, er könnte sich einen schlanken Fuß machen und lediglich Waffen herstellen. Aber er irrt sich. Da aus Goliath keine Werkzeuge zu erwarten sind, ist es seine Aufgabe, mir welche anzufertigen. Du kennst ihn ja bereits. Und ihm auf den Zahn zu fühlen, sollte dir nicht weiter schwerfallen. Kann ich auf deine Unterstützung zählen? Denk daran, mein Wort hat Gewicht. Es wird sich für dich bezahlt machen. Okay. Ich gehe für dich zum Schmied. Gut. Wenn Lasse sich weigert, den Auftrag anzunehmen, sag ihm, dass ich darüber nicht diskutieren werde. Sehr gut. Ist sehr gut. Aber ich hab doch einen Setzling zugrunde gerichtet. So, das heißt, wir machen das hier schon mal fertig. Erledigt. Ich sollte zu Scrappy zurückkehren. Der müsste noch irgendwo im Vor sein. Genau. Hat Thor Hild dir die Erlaubnis gegeben? Ja. Ja. Na, dann ist ja gut. Ja, so ist das, ne? Wir müssen uns mit den anderen gutstellen. Dann könnten wir natürlich direkt wieder hoch einmal zu Lasse. Ich weiß jetzt nicht, ob hier jetzt noch ein Gegner liegt, weil wir hatten den ja eben zuvor gesehen, dass hier noch einer war. Als wir die Brücke hochgelaufen sind. Warum sind denn vor allen Dingen so viele Raptoren halt hier, ne? Da liegt auch direkt noch ein Monsterchen. Aber gut, da sind halt die reisenden Händler, ne? Ich meine, ich find's ja wiederum sehr angenehm, dass die halt die Straßen frei halten. Ich meine, gut, die einen oder anderen Erfahrungspunkte. Halb so wild. Halb so wild. Ne, aber ich glaube, wir werden den Weg gehen, dass wir diese 50 Intelligenz da voll machen. Und dann, glaube ich, brauchen wir nur jemanden, der sehr, sehr klug ist. Wahrscheinlich im Alchemistenlager würde ich jetzt einfach mal darauf tippen. Hallo, Berserker. Ähm, mal eben kurz im Inventar. Oder halt bei Kleriker Alps irgendetwas, was technisch versiert ist. Äh, ich wollte mal gucken, wegen der 12 Rüstung gibt uns die einfache Berserkerkleidung. Cool. Ja, die Brille werden wir eh nie ausziehen. Niemals. So. Ja, so beginnt es, ne? Wir haben ja schon gesehen, bis 30 Rüstung konnten wir eine Rüstung kaufen bei den Gemischwarenhändlern. Aber dafür brauchen wir deutlich mehr... Deutlich mehr. Eine Stange Zigaretten. Sehr gut. Reißzahn. Eine besondere Armbrust. Ach, du Himini. Auch sehr schön. Ähm, braucht man natürlich, ähm, das Elex dazu, ne? Ähm, mhm, 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 mhm. Reißzahn benötigt... Was? So stark? Oh. Der Bolzen reißt schreckliche Wunden. Einfach plus 5 Stärke bräuchten wir dazu. Da könnten wir folgendes machen. Wir haben doch hier... Wo ist das denn? Maximale Gesundheit. Wenn wir da die Stärke reinnehmen, dann dürften wir doch eigentlich den tragen, oder? Tatsächlich. Quickslot zuweisen. Dann nimm den mal als den Bogen. Ach, wie cool. Jetzt haben wir hier 29 Schaden. Und ansonsten hätten wir hier 13 Schaden, ne? Weil das finde ich ja schon... Das finde ich gut. Das finde ich... Das finde ich richtig gut hier. Oha. Hat aber auch ein hohes Level. Also, auch wenn es jetzt des Nächten wird, wir werden dennoch eben fix hochlaufen zum Lasse. Wir werden uns mit dem unterhalten. Ah, mit Scrappy. Könnten wir auch mal eben kurz reden, bevor der jetzt hier abhaut. Scrappy! Ich hab die Aushänge angebracht. Sauber, mein Jung. Hier, das ist für dich. Warst echt ne Riesenhilfe. Wenn du jetzt noch die Gasmasken auftreiben kannst, sollten wir wieder in der Mine arbeiten können. Das ist dann auch wirklich das Letzte, was ich von dir brauch. Versprochen. Okay. Ja, gut. Bring mir was bei. Sicher, sicher. Also, der hatte ja... Lass mich nicht genau Schloss knacken. Ich bin am überlegen, ob wir Waffenschmied lernen. Damit könnten wir uns wenigstens einfacher machen. Intelligenz. Munition. Aber wir werden noch so viele Punkte investieren. Aber gut. Ich weiß halt nicht, inwiefern das Waffenschmieden uns von Nutzen sein kann. Das ist halt... Mal so, mal so. Wäre vielleicht ne Bereicherung. Grad wenigstens ein Punkt für den Anfang. So, jetzt unterhalten wir uns eben noch kurz mit Lasse. Speicher mal schön. Also, Lasse. Ähm... Du sollst Werkzeuge für die Setzer herstellen. Jungchen, ich hab dir das doch schon mal erklärt. Ich fertige Klingen. Sollen wir unsere Leute mit Forken und Mistgabeln in den Kampf schicken? Daraus wird nichts. Ich kehre nicht mit leeren Händen zurück. Hör mal, das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Was sie da von mir verlangt, braucht Zeit. Und vom Eisen fange ich erst gar nicht an. Hab weder das eine noch das andere. Wie viel Zeit und wie viel Eisen benötigst du für die Werkzeuge? Du lässt dich locker, was? Na schön. Bring mir 25 Brocken Eisenerz und ich schau mal, was ich machen lässt. Vielleicht kann ich den Auftrag ja dazwischen schieben. Mehr als drei Tage stehe ich dafür aber nicht an der Schmiede. Okay, Eisen für die Werkzeuge. Sag mir erst mal, wo wir das herbekommen. Wahrscheinlich aus der Mine, ne? Aber wir haben es schon dabei. Seht ihr, wie das rumst? Da knallt doch irgendjemand mit einem Granatwerfer rum. Woher bekomme ich das Eisenerz? Frag mal den alten Scrappy. Wenn einer weiß, wo es was zu holen gibt, dann er. Hier, das Erz für die Werkzeuge. Damit wäre das Materialproblem aus der Welt. Nun zum nächsten. Werd wie gesagt drei Tage hinterm Amboss stehen. Dafür kriegst du fünf hochwertige oder zehn einfache Werkzeuge. Ich sag immer, Qualität zahlt sich aus. Aber fünf Stück werden nicht für alle Sätze reichen. Für die doppelte Menge gebe ich aber keine Garantie. Nur, dass wir uns verstehen. Was darf's also sein? Viel Zeit bleibt mir schließlich nicht. Das ist natürlich super, ne? Ne, wenn, dann nehmen wir zehn einfache Werkzeuge, oder? Weil, was sollen die anderen Sätze denn machen? Oh, das ist jetzt schwer, ne? Dafür halten die aber länger, und die anderen... Stell fünf hochwertige Werkzeuge her. Gut, du kannst doch halt sagen, sie kriegt ihren Willen. Das nächste Bier geht auf ihren Deckel. Werd ihr die Dinger selber vor die Tür karren. Musst also deswegen nicht nochmal wiederkommen. Na gut, dann hoffe ich mal, dass das so passt, hm? Also, nochmal zurück. Sie hatte schon gesagt, wir müssen ein bisschen laufen, aber es ist ja gar kein großes Problem. Ist ja, ist ja schon eine ziemlich geniale Welt. Also, das Feeling ist in Elex schon immer so gewesen. Ich kann's nur öfter sagen, es ist ein unglaublich schönes RPG. Es ist einfach ein Fest. Gerade für, äh, wie, wie so all die Sache ist mal alt eingesessene wie mich. Ich mein, es gibt auch viele junge Leute, die das noch mögen. Aber, wer mit Gothic halt groß geworden ist, das ist... Ist schon einfach schön. So, dann lass mal gucken, wo ist sie denn? Sie ist nicht auf den Feldern. Ich glaub, das mit dem Butch haben wir uns echt verzettelt, ne? Zumindest stell ich mir das jetzt mal vor. Wo seid ihr denn jetzt hin? Habt ihr hier alle Pause, oder wie? Da haben wir noch ein paar Wachen. Kann ja auch sein, dass sie hier hinten drin ist, oder? Ah, sie steht drin. Das ist doch gut. Ich hoffe, dass das mit dem 5 okay war. Lasse fertig dir die Werkzeuge an. Hat er Probleme gemacht? Er wird in Zukunft wohl auf deinen Namen anschreiben lassen. Typisch. Sonst noch was? Ich musste mich entscheiden, wie viele Werkzeuge er herstellen soll. Dieser Ochse soll einfach seine Arbeit machen. Aber gut, ich kann mir jetzt sowieso nicht den Kopf darüber zerbrechen. Ich hatte ein paar Unkosten. Ne. Was ist los? Mir laufen die Arbeiter davon. Während ich versuche, ihre Fehler auszubügeln, läuten sie den Feierabend ein. Du hast sie einfach ziehen lassen? Wo denkst du hin? Ich war für einen Moment abgelenkt. Den hat die Bande genutzt und sich aus dem Staub gemacht. Gerade jetzt, wo die Setzlinge die meiste Aufmerksamkeit brauchen. Du musst sie zurückholen. Keine Diskussion. What? Ich kann das nicht übernehmen. Ich muss aufs Feld und dafür sorgen, dass uns die Setzlinge nicht eingehen. Wo könnten deine Arbeiter stecken? Wenn ich das nur wüsste. Weit können sie eigentlich nicht sein. Ich tippe auf das vor. Fressen und saufen. Nach mehr steht ihnen nicht der Sinn. Ähm, ja. Okay. Okay. Mal eben ins Lock. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ähm, Gas in der Mine. Gasmasken. Genau. Fünf Gasmasken sollen wir besorgen. Das heißt, wir könnten noch vier Stück kaufen. Äh, unfähige Arbeiter. Bitte auf der Karte markieren. Ich bitte drum. Und dann... Ja, müssen wir die halt irgendwie... Überreden wahrscheinlich oder denen Geld geben, ne? Dass die dann damit anfangen. Das Schöne ist aber wiederum, wenn die gerade alle nicht da sind. Wir können ja mal eben schon mal speichern. Was? Hier ist ein Setzer tot? Oh. Eine beschädigte Schlachtenklinge. Oh, da ist er hier. Salat. Jawohl. Ja, schön hier. Gegen was habt ihr denn gekämpft? Ein Hornwolf. Okay. Ach, herrlich. Dann gucken wir uns doch erstmal hier in aller Ruhe noch um, oder? Oh nein. Mann, ey. Diese dummen Wasserpflanzen. Thorhild, die alte Schnäpfe, hat mich heute vom Feld geschmissen. Nur weil ich einen ihrer, ach so kostbaren, Kugelpflanzenherz-Scheiß-Dinger mit Unkraut verwechselt und rausgerissen hab. Woher soll ich... Waren für das Vor. Ja, weil es in den letzten Wochen immer wieder Probleme gab. Erstens, die Kisten werden vor dem Abtransport immer ganz befüllt, wie ich erwische nur jemanden, der sich mit einer halbvollen Kiste auf den Weg macht. Die Kisten werden nur mit frischen, nicht mit verdorbenen Waren befüllt. Die Waren bleiben unangetastet. Jeder, der sich... Ach so, jeder hat sich daran zu halten. Eure Ration bekommt ihr vor. Wer mehr will, kann sich bei den Händlern auf eigene Kosten eindecken. Thorhild, ja, die ist halt fies, ne? Die ist fies. Ich den Unterschied denn bitte kennen. Pflanzen sind Pflanzen. Grün und dumm. Ich mochte es hier um einiges lieber, als alles noch Wüste und Steine war. Kein Viehzeug, das sich in Büschen versteckt hat. Und keine verdammten Berserker, die einem herumkommandieren, als wäre man ein Niemand. Ich bin William, verfluchte Scheiße. Und jetzt befiehlt mich hier so eine Berserker-Tante herum. Tja, und jetzt soll ich mich bei Scrappy melden. Geh zu Scrappy-Schrott sammeln, da kannst du weniger falsch machen. Blöde Kuh. Naja. Wer weiß, was passiert, wenn ich mich nicht um die Bastion kümmern würde. Tja, wer weiß, wer weiß. Da hinten sind auch noch ein paar Ekelviecher, sehe ich gerade. Setzeren-Tot. Sag mal, was ist denn hier los? Haben die hier jetzt alle gekämpft gegen die Viecher und sind dabei draufgegangen? Oder wie soll ich das verstehen? Ich möchte jetzt auch ungern in der Nacht hier kämpfen. Aber anscheinend gab es hier ein paar kleine Probleme mit dem Hornwolf. Na gut. Das heißt, wir müssen die natürlich jetzt erstmal suchen, wie die sind. Jetzt muss ich mir eben gucken, wo sind sie denn hin? Ja, die sind oben, ne? Die saufen sich bestimmt ein. Und dann legen wir uns vielleicht dann auch eben einmal schlafen. Ich laufe auch gerne zu Fuß, einfach um die Wege kennenzulernen. Das mit dem Hin- und Her-Teleportieren, das kommt später im Late-Game, würde ich sagen. Ja, weil wir hatten hier direkt den Teleporter, wir hätten ihn jetzt auch nutzen können. Wie gesagt, ich kann mich jetzt hier alleine natürlich ein bisschen umgucken. Wir müssen uns reinschleichen. Ich versuche dann natürlich alles mitgehen zu lassen, so gut wie es geht. Das wird nicht immer möglich sein. Aber, ja, ich denke mal, da kommen wir mit einigen Waffen dann am Ende raus, ne? Das ist ja immer das Interessante. Hatten wir jetzt sonst irgendetwas? Außer, dass wir die Gasmasken gleich kaufen bei unserem Freund, der uns eh ja hier verschwinden wollte. Ich meine nicht, der hat sich ja auch schon hingelegt, ne? Und da könnten wir hier auch noch an den Stand drangehen. Ich will mal eben gucken, was hat er denn? Der hat nämlich selbst hier noch eine Gasmaske. Guck mal, sogar zwei Stück, drei, vier. Wir müssten gar keine kaufen. Das ist das nämlich. Hier ist auch noch eine Gasmaske. Der Ivan. Ja, 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 ja. Deswegen, wir warten mal, dass es ganz dunkel ist. Und dann werde ich mich hier mal in Ruhe umgucken. Und werde mich mal ein wenig auch an das System gewöhnen, wenn es darum geht, zu schleichen. Das ist ja auch noch ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich es ein bisschen dunkel finde. Aber da kann ich den Spielmodus anmachen, zum Glück. So, wo seid ihr denn jetzt hin? Seid ihr alle hier drin und seid am Saufen? Oder was ist hier los? Der Türsteher ist eh doof. Mit dir könnten wir uns noch unterhalten. Weil... Hast du das hier schon einmal gesehen? Das ist doch einer dieser Zettel, die Werbung für Backstars Truppe machen soll, oder? Ja. Und was soll ich damit? Na ja, das ist... Ich wollte gerade sagen, ne? Das sind deine Getränkekarten. Das erklärt einiges. Und was genau? Wir verdächtigen dich ja nicht wirklich, mit den Outlaws gemeinsame Sache zu machen. Hilf uns das einfach aus der Welt zu schaffen. Nichts lieber als das. Ich hab mich schon gewundert, warum jemand meine Getränkekarten klaut. Ich muss dauernd neue machen lassen. War schon kurz davor, die Preise einfach nur noch ans schwarze Brett zu schreiben. Wurde mir langsam echt zu dumm. Allerdings sind schon bestimmt seit einer Woche keine Karten mehr verschwunden. Hier wirst du die Schuldigen also vermutlich nicht finden. War's das? Ich mach dann mal weiter. Tut mir leid, dass ich dir da nicht helfen kann. Wirst wohl weitersuchen müssen. Vielleicht hat der Wulf ja irgendetwas genaueres dazu, ne? Würde ich jetzt mal sagen. So, wo sind denn die ganzen netten Herrschaften hier? Setzer. Ach, hier ist... Ah! Wie kannst du das sagen? Na, auch in der Gegend. Hast Durst bekommen, was? Solltest du dich nicht um die Setzlinge kümmern? Das kann warten. Thorheld sieht das anders. Dann soll uns die Alte anständig bezahlen. Glaub mal nicht, dass wir uns absichtlich drücken. Wir wissen, dass von den Setzlingen viel abhängt. Reißen uns regelrecht den Arsch für sie auf. Aber deswegen nur eine Handvoll Kröten kriegen? Ich bitte dich. Die Splitter sind das Problem? Wenn es denn mal welche geben würde. Machen wir was falsch. Kürzt uns das Weib den Lohn. Na ja. Dann strengt euch mehr an. Wir schuften sogar nachts. Au. Die Setzlingsaufzucht ist nicht einfach. Für sie vielleicht. Ja. Aber sie hat die Feldarbeit auch gelernt. Und wir? Guck dir unseren Haufen doch an. Die meisten stammen aus der Gosse. Da bringt uns ihre Klugscheißerei auch nicht weiter. Ein paar Splitter sind das Mindeste, was sie tun kann. Okay, okay. Ich hab's ja schon verstanden. Okay. Okay, 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 okay. Gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ich hab gehört.